hallo ich bin's eddie maus und heute probiere ich diese schmeckt wie milchmilch aus mal gucken ob sie auch lecker ist dazu schütte ich die hier rein so ich bin gespannt so und dann riecht nach nix ist lecker aber kommt nicht ganz an die richtige milch ran aber besser als andere hafermilch das war's